freitag der 10 dezember 2021 hallo und herzlich willkommen zum neuen video wie ihr schon seht auch heute müssen wir wieder das türchen öffnen vom adventskalender und beginnen mal mit der Lidl und man wird gleich auf heiligabend vorbereitet mal zu einer weihnachtsbomben besorgen ja mal schauen was Tegu der erste adventskalender sagt das mit an so ich hab den wieder aufgegangen ob das jetzt alles ganz bleibt und will nicht raus muss man ein bisschen so nachhelfen so also ich hab jetzt so rausgeholt es kommt ein schlitten zum vorschein so bei dem aldi adventskalender musste ich etwas tricksen habe ich im vorfeld schon gesehen und da fällt es runter und da kommt ein Horn zum vorschein und schließlich Tegu der zweite adventskalender und da musste hier wenn ihr schon mitbekommen habt etwas tricksen das Horn bleibt diesmal hängen also fällt nicht drunter und da sage ich mal bitte like das video und lasst ein Abo da und wir sehen uns dann morgen